Hoffen wir, das ist dann der letzte Outdoor. Der sieht schon ziemlich fertig aus. Könnte sein... Ich hab so geahnt, dass er das nochmal macht. Möpfe, wenn du gut bist, dann schaffst du das jetzt. Gut, er sammelt wieder. Ein bisschen aufpassen. Erstmal ihn werfen lassen. Oh! Hoffen wir, dass das das letzte Mal jetzt ist. Denn wenn ich ehrlich bin, ich bin fertig. Und zwar mit dem Nerven, ey. Komm, Möpfe, gib alles. Ich drück... Oh ja. Er scheint tot zu sein. Ja. Da ihr Leute, wir haben es tatsächlich geschafft. Ich hoffe wirklich, dass das der Endboss war. Das wird das geilste auf der Welt. Bäm. Huch, wo sind wir denn jetzt? Es war dieses Vieh im Rollstuhl. Tatsächlich. Nur, dass es bei uns gigantisch im Kopf war. Was? Er war ein guter Mann. Ein guter Mann. Was bist du mit? Das Ding versucht mich zu töten. Es ist nicht ein Mann, es ist ein Monster. Nein, das ist nicht wie es sollte. Das ist nicht das, was ich mitgekriegte. 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 Das ist nicht das, was du bist. Familie, Freunde, sogar prisonniers. Er hat sich mit allen mit Respekt verletzt. Das ist nicht das, was ich mitgekriegt. Das ist nicht das, was ich mitgekriegt. Das ist nicht das, was ich mitgekriegt. Gott, was ist denn jetzt? Jetzt sind wir dieser... dieser Typ mit dem Hammer. Wir müssen die Polizisten jetzt anbauen, oder was? Ist das... also sind wir doch dieser Typ? Murphy, du bist in echt total böse. Gott, es ist ja total schwer, diesen Typen zu bringen. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. Müssen wir uns jetzt umbringen lassen von der, oder was? Ist das heftig, Leute. Murphy ist in echt also irgendwie doch böse. Das hätte ich nie gedacht. Das Spiel wendet sich ja zum... Irgendwas komisch. Ich weiß auch nicht, warum ich nicht sterbe. Deswegen konnten wir das Gesicht auch nicht sehen. Das hat sich ja immer verändert. Das ist alles so voll heftig. Müssen wir jetzt sterben, oder nicht? Ich weiß es nicht. Katzi. Oh Mann, Murphy, Murphy. Du bist ein sehr böser Mensch. Du willst sie jetzt nicht wirklich rumbringen, oder? Ja. Doch. Ach du Scheiße, ich muss das entscheiden. Ähm. Ich bin nicht so ein böser Mensch, also verschone ich sie. Warum soll ich sie töten? Verstehe ich nicht. Und jetzt war es der Fehler und wir sterben. Genau, Murphy, gib endlich auf. Hoffentlich haben wir das Richtige getan. Vielleicht erfahren wir jetzt die Wahrheit. Vielleicht erfahren wir jetzt die Wahrheit. Du bist wie ein fucking Christmas, Goose. Und du kannst nicht sogar die Arbeit machen. Nein, ich muss in da und fertig das Basterd für dich. Ich versuche für ein kleines Wettbewerb und zurück. Murphy? Und das ist das Faktor, Frank! Deine Hand an, wo ich sie sehen kann. Ich werde dich nicht wieder erzählen. Sewell hier, wir haben einen Faktor. 10-00, C-block, Schauer-Level. Du kannst das nicht machen. Ich habe das nicht. Wer ist das Prinz? 10-4. Die Begründung ist auf der Weg. Begründet ihr. Du solltest nur auf deinem Begriff halten, Murph. Die Begründerinnen nicht zu lange dauern. Entschuldigung, Frank. Entschuldigung, Frank. Es war nicht du. Es war mein Faktor, dass du stirbst. Pendleton. Entschuldigung. 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 Immer. Er sind wir erschkommen? Ja. Ich denke wir sind. Alle separate ursprüge sind. rentable Kilometer ... Und die Begründung sack ... Ja. Die Solidarde nicht ab 8. Übermalung. ばsunion knapp 8? Das hat Entschuldigung auf den 19. Hotter ins So BA Ausland transfers hin, Das Naub des Tolle flüchtige municipal Besuch sind aflo halt. Für was? The truth Hey what are you doing back here so soon sweetheart can't get enough of the place The hell is this? You used to work with my father, Frank Colridge Yeah, so? We need to talk Ja, Leute Sondern dieser komische Polizist Ja So, dann ziehe ich jetzt mein Fazit mal Also ich persönlich Ende B Es gibt wohl noch mehr Ja, hätten wir bestimmt gedacht, tötet sie Aber so bin ich nicht Ja, mein Fazit ist Das Spiel, also muss ich sagen Also war echt Also eigentlich recht gut Von der Story hier auch Also manchmal ein bisschen verwirrend und so Und dieses Diese komische Lochmonster Die saugende Ding da Sehr komisch Aber sonst war dieses Spiel eigentlich sehr gut Das ist mein erstes Silent Hill, was ich letztes Played habe Vielleicht, eventuell werden noch andere Folgen Ich weiß es nicht Ja Wie fandet ihr das Spiel? Würdet ihr euch das auch kaufen? Oder so? Könnt ihr mir auch gerne posten als Kommentar Ja Das war's dann mit Silent Hill Downpour Ich hoffe, wir sehen uns dann In meinem nächsten Projekt Das schon angefangen hat SOS Final Escape Ja Ich bedanke mich fürs Zuschauen Und ich hoffe, wir sehen uns wieder Also Bis denne